Hallöchen Leute, willkommen hier zurück zu Let's Play Pflanzen gegen Tommy's Garden Warfare. Wieder mit dabei ist die Julia. Na wie hieß das Spiel gleich nochmal? Na wie hieß das Spiel? Das Problem habe ich voll oft. Ich spiele es direkt und ich vergesse den Namen schon wieder. Hallo lieber Dark Hunter. Hi Julia. Ich habe mich... Oh, ich werde abgeschossen. Ich habe mich dem Druck meiner Zuschauer gebeugt und spiele jetzt eine Kaktee. Ach nee, aber vor allem über mich schimpfen, dass ich mich beschwert habe über die anderen Leute, ne? Ja. Ach mein, Schwer ist mir da schon wieder dazu bescheuert. So, Stummscheiten, danke. Blimm, ey, wirklich. Das ist so schlimm. Ich sehe doch gar keinen, ich schieße jetzt einfach mal nicht, weil ich sehe niemanden. Ich habe auch keinen gesehen, ich bin trotzdem getötet. Oh, ich bin auch schon beschädigt worden, aber ich weiß nicht von wem und wo. Von da oben, die schießen immer da oben, diese Feigenschweine da oben. Ach da, was, wo, wo, äh, ich bin tot. Wieso? Kommt der jetzt her? Wo kam denn der jetzt her? Ja, ich musste auch mal wieder was Neues spielen. Julia meinte, ich soll es mal machen. Was, ich? Ja, du, ah jetzt hör auf damit, du bist bescheuert. Gar nichts gemacht. So änderst dich noch nicht dran. Ach so. Ganz früher mal. Ganz früher mal, aha. Ganz früher mal. Boah, ich habe jemanden besiegt. Das nur Charakter langweilig ist, Alter. Wir haben den, die Schnappen des Brüder schon gemacht. Oh Gott, ich habe den nicht kommen sehen. Die verstecken sich so. Das ist nur für ein beschissenes Gewitter da oben. Ich sehe dich, ich sehe dich, ich kill dich, ich kill. Warum mich? Wieso? Wieso dich? Du hast doch gesagt, ich kill dich. Nein, dich doch niemals. Wie könnte ich dich töten? Du bist doch im Pflanzenteam. Na und? Wir haben doch gerade schon über das Thema Friendly Fire geredet. Wie die hier schon bei der Base vorne warten, ist ja übel. Pass, oder? Ja. Au, au, au. Geh weg. Wenn ich hier angeschossen werde schon jetzt, das gibt es ja gar nicht. Hab's, oder? Ich pflanze hier mal ein bisschen Wasser. Ich will die Kaktee wieder haben. Leute, spüren wir beim nächsten Mal die Kaktee. Ja, komm. Ja, und ich spiele die Kaktee beim nächsten Mal nimmer. Lass tauschen. Genau, du bekommst meine Elektro-Kaktee. Kann ich die Klassen wechseln jetzt irgendwie? Ja, wenn du stirbst. Ich mag die Kaktee nicht, aber ich muss es zumindest ein Weilchen spielen. Ich muss beweisen, dass ich sie nicht mag. Ja, ich habe es auch bewiesen, dass ich mag sie nicht. Die komische Bären-Shooter-Pflanze hier. Die mag ich gerne. Weil generell. Die Shooter mag ich generell gerne. Ne, ich nicht. Ich kann nämlich nicht mega-gemein-snipen. Vanditen-Kaktee. Auf geht's. Lalalalalala. Zombie, da, 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 da. Ey, weiß ich, ich werde hier gespawnt und ich kriege direkt wieder Schaden ab. Lass doch nach. Das gibt's ja nicht. Die, du musst so ewig auf diese schießen. Hast du da? Ja. Auf die mit dem, weiß schon was, ne? Ja. Ja, schieß denn da auf mich. Von da oben, vom Dach, die Schweine. Ich sehe die nicht. So. Ja, die verstecken sich auch immer. Au, au, her auf damit, du bist so ein Feigling. Elian-Vertilger hat mich wiederbelebt. Dankeschön. Wo sind die denn? Das sind Feigeschweine. Wo sind die denn? Ich hab den nicht gesehen. Das ist ja auch nix. Der wäre schon wieder beschossen, ja. Ohne Witz. Das gibt's doch nicht. Das ist ja Wahnsinn. Das ist doch nicht normal. Danke, Typen. Wirklich. Spielcharakter wechseln so. Ich mag die echt nicht. Ne. Ich mag den komischen Peel-Shooter nicht. Ich nehm jetzt wieder die für Noobs. Die Sonnenblume? Nein. Die mit dem Splash-Effekt. So. Wo seid ihr? Ich werde euch alle töten. Ach, scheiße. Ach, come on. Mit langer Bombe. Sehr schön. Bin ja schon wieder tot. Ah, nicht nur du. Ich bin wahrscheinlich auch wieder tot. Hi, Julia. Ja, es gibt so diese Momente, da läuft's einfach nicht, ne? Hallo, Dark-and-Harr. Dann gab's dir da die Momente, wo die Zombies einfach nur scheiße sind. Ja. Das sind aber auch kleine Feigeschweine da oben auf dem Dach, weißt du? Naja, was heißt es feige? Und müssen wir eine Granate da hochwerfen? Eigentlich ist es nicht feige. Eigentlich ist es verdammt schlau. Das ist ziemlich fies. Oh, ja. So, ich geh jetzt mal in den Boss-Modus. So. War ich auch noch nie im Let's Play selbst drinne. War zwar so schon drin, aber noch nicht im Let's Play. Was ist der Boss-Modus? Kannst du aber gleich mal erklären. Da kannst du heilen und Luftschlage und solche Scherze machen und Leute wieder auferstehen lassen und sowas. Wurde gestunt. Nein, sie nehmen unser Ding ein. Ja. Ich werde jetzt den anderen Garten beschützen. Sofern sie mich nicht töten bis dahin. Mit einer Kartoffel, meine zwei Leute. Wow, ich wurde getötet. So, Achtung, Achtung. Hat doch schon mal ganz gut funktioniert. Ich will mal ein Kaktee wieder haben. Einzuschuss mit 30 Schaden ist besser als... So, hier schickt man mal eine Heilung. ...eine übelste Streuung dann zu haben. So. Aber mich schießt irgendwie keiner ab. Das finde ich gut. Kommt noch. Ja, die müssten, meine ich, das Wohnmobile in der Luft abschießen, wenn ich das richtig verstanden habe. Nee. Nur das Spähen habe ich noch nicht verstanden, für was das sein soll. Oh Gott, oh Gott. Der will nicht nur ein Fliegengitter schlagen. Bist du bescheuert? So. Oh, da fliegt eine Drohne rum. Komm, nimm die Kartoffel wieder. Pam! Da fliegt eine Drohne rum. Ey, kann mir mal einer helfen? Wo bist du denn? Tot. Gut. Wo bist du denn? Immer noch tot. Achso. Ja, aber wo? Auf dem Schlachtfeld irgendwo. Super. Er war so ein hässlicher, komischer Typ. Den kennst du ja auch mit dem Fliegengitter. Keiner hat mir geholfen. Gemeinerweise. Oh, das hat gerade sehr gut geholfen. Aber jetzt greifen sie mich an. Jetzt greifen sie mich an. Ich verliere Leben. Das ist nicht gut. Nee, das ist gar nicht gut. Ich würde gerne mal ein paar Gegner sehen. Könnt ihr mal bitte oben stehen bleiben irgendwo, damit ich dich abschießen kann? So, dann komme ich mal zurück. Schaue ich mal, wo ihr alle seid. Jetzt freu mich auf, wo ihr alle seid. Ich sehe euch nicht. Au! Und drüber schießen. Oh, ich bin ins Wasser. Nein, ich habe mich selbst getötet. Man kann sich in dem Spiel auch selbst töten. Das ist so geil. Wo wird denn hier geschossen? Wo wird denn hier geschossen? So von der Zombieseite aus, habe ich das Gefühl. Ach nee. Ich wähle jetzt dann gleich wieder meine aktuelle Lieblingspflanze. Da oben schießt irgend so ein Name. Ja, das ist so eine feige Drecksratte. Vor allem dieses Z-Einstummen, das wäre so lächerlich. Drecksratte? Der kann hundertmal auf mich schießen und hat trotzdem keine Streuung, der Typ. Der trifft immer. Okay. Das hat mir jetzt schon öfters aufgefallen. Da, nimm einen Headshot. Ich seh die Zombies, ich seh sie kommen. Da, Katta, da kommen sie. Sie kommen. Sie kommen. Sie sind nur so kleine hier. Komm, der ist die Töte. Au, au, au. Du war doch auch ein großer dabei. Direkte Aua, Aua hinter mir. Na, danke. Ehh. Nein. Wer hat mich hier? Wer war das? Wer war das? Ich weiß es nicht. Wiederbelebt. Yay. Oh Gott. Hier schießt wer? Hier schießt wer? Ich weiß nicht, wer schießt. Wer schießt denn hier? Zombies! Sie kommen! Uh, ich werde geheilt. Wie geil ist das denn? Wuhu, wuhu, wuhu. Das sind mal Sonnenblumen. Die haben's drauf. Oh, oh. War's tot. Ach, du bist nur noch. Will auch geheilt werden. Aua, na, ich erst mal. Wuhu, zwei Leben. Nein, ich wollte doch nur heilen. Und dennoch wurde ich getötet. Wie unfair. Ja, ne? So, jetzt. Jetzt hängt's hier. Wie geil ist das denn? Au. Ist jemand beim Wiederbeleben gestorben und dadurch ist es hängen geblieben. Na toll. Das war auch cool. Aber wir schaffen das vielleicht mit dem Garten hier, ne? Ja, du kleine Sau. Weißt du, weil ich mich gerade töten komme, ist extra hochgeflogen und dann hab ich ihn trotzdem abgeschossen. Komm her da, komm her da. Wir töten dich, wir töten dich, wir töten. Und der ist tot. Wiederbeleben. Ich bin so ein richtiger mieser kleiner Camper, Leute. Los, sag's. Wiederbeleben. Wiederbeleben. Da kommen sie, sie kommen. Boah, jetzt kommen sie alle auf einmal, weil sie merken, dass hier Scheiße ist, ne? Das ist, dass sie jetzt noch machen müssen. Wie extra Zeit. Hört auf mit extra Zeit. Wuhu. Das haben sie nicht hinbekommen. Tja. Es tut mir jetzt aber leid. Oh, 6500 Münzen ist auch was wert. 25 mehr bekommen wir als ich. Unfair. Es sind schon die Zeit rum. Wir haben jetzt 10 Minuten. Okay. Und schnell, es geht noch. Schnell, es geht noch. Alles klar. Wollen wir dann bei den Zombies bleiben? Ja, warum nicht? Ich möchte auch mal unfair sein. Mit dem komischen Z1-Sturmgewehr. Aber die Pflanzen gewinnen immer. Die Verteidigung. Das ist immer so, die gewinnen eigentlich immer. Nee. Fast immer. War schon oft bei Runden dabei, wo es wirklich bis zum Schluss ging. Ja, gut. Einmal haben wir auch, glaube ich, gewonnen als Zombie. Oder so verloren als Pflanze. Aber selten. Großteils gewinnt immer die Pflanze. Mhm. Weil man einfach irgendwann als Zombie so lange laufen muss, dass aber die Hälfte der Runde um ist, wenn du hinten bist. Ich war schon wieder besser wie du mit den Punkten. Aber die Abschlüsse waren scheiße. Sei nicht so gemein zu mir. Du bist doch gemein zu mir. Ich bin überhaupt nicht gemein zu dir. Natürlich. So. Okay. Hättest du meine toten Abonnenten auf dich. Ja, nicht mobben. Ja. Oh, du bist gemein. Ich weiß. Und das mache ich sehr, sehr gerne. So, machen wir schon mal einen Kringel für die Folge, auch wenn sie noch nicht fertig ist. Okay. Das tut mir jetzt aber leid. Ich habe bisher nur ganz normal... Oh, Mechaniker, wie? Was ist das denn? Ich glaube, ich bin wieder mein Typ Mauler-Dekolleté. Wer ist das denn? Der Mechaniker? Was ist der Ingenieur? Der Ingenieur, mancher. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir werden alle abstürzen. Ich sehe es kommen. Oh shit. Was ist denn hier falsch? Ah. So. Okay. Auf geht's und erobern. Ich kann das Lied nicht. Weißes Spiel. Ich habe die Pflanze gesehen. Ich habe die Pflanze gesehen. Ich töte sie. Ich töte sie. Du wirst sterben. Getötet. Erstes Schlag. 250 Punkte. Ich töte jetzt erst mal die Halbpflanze. Wenn ich nicht getötet bin, bin ich getötet. Kiflet hat mich getötet. Der hat 5% Leben gehabt. Was war denn das? Ich habe keine Ahnung. Mit dem hat er rumgeschreut. Umgeschrien. Was wird mir denn da auf dem App angezeigt? Dass du das Ding erobern musst vielleicht? Nee. Das ist... Ah. Verstehe. Ich nicht. Erklär es mir. Ich kann da... Da kann man so ein Portal aufbauen. Geil. Das machen wir nämlich. Ah. Da kann... Ja, ich werde jetzt hier mal einen ganz tollen Zombie pflanzen. Nein, ich baue da irgendwas auf. Ich habe auch gerade einen Zombie gepflanzt. Ich werde beschossen. Das finde ich jetzt wäre ganz schön fies. Eine Toppflanze kaputt gemacht. Es ist ein 2 gleich nochmal. Ach, das ist sowas. Kann man zu schwer steuern. Das ist das Schlimme. Aber ich treffe. Ich merke... Ich habe getroffen. Glückwunsch. Nein. Munition ist leer. Ich bin eine Drohne. Ich bin eine Drohne. Und ich bin tot. Das fand ich jetzt ganz, ganz cool. Oh, oh. Wir erobern das. Wir erobern das. Wir erobern das. Ja, es geht uns. Yay. Ich habe die ganze Zeit zum Blauen abgelenkt. So. Achso, der ist auch gestorben. Cool. Aber ich will den als auch nicht spielen. Jetzt habe ich auf Respawn geklickt. Aber ich wollte den noch gar nicht mehr spielen. Ja, der Fuster, der ist nice. Wen spiele ich denn dann als nächstes? Nein, 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 nein. Ich stand direkt neben dir. Okay. Dann nehme ich jetzt einen anderen Zombie. Und zwar nehme ich... Ähm... Was hat denn der hier gleich nochmal? Achso, den da. Ich habe bisher noch nicht gesehen, wo man ein paar Tate aufbauen kann. Nicht? Nö. Vielleicht bin ich blind. Hm. Andere steht hier in der Gegend rum. So, hier mal einen Zombie auferstehen lassen. Irgendwie mag ich den. So, der ist tot. Sehr schön. Ich sehe eine Pflanze und ich werde sie töten. Au. Okay. Aber es ist ganz schön schwer mit dem, wenn die herumrennen, die Pflanzen zu treffen. Ja. Das ist total, ich sehe es. Es ist weg. Der ist echt schwer. Der ist echt schwer zu spielen, finde ich. Aber ich gebe nicht auf. Der, 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 der... Der Oster? Nein, es ist ein normaler Zombie. Fußsoldat. Nee, es ist, äh, so ein Super-Typer, der, keine Ahnung, der Zweite. Ich weiß nicht, wie er heißt. Ja, ne? Ein Wissenschaftler. Ich weiß es jetzt gerade echt nimmer. Okay. Jetzt ist er tot, aber ich weiß nicht. Au. Ist auch cool. Jemand schießt mir in den Rücken. Jetzt, ich habe ihn nicht getroffen. Doch, habe ich getroffen. Ja, du hast ihn nicht getroffen. Doch, doch, ich habe ihn getroffen. Don't worry. Hast ihn nicht getroffen. Wie, ich weiß, dass du ihn nicht getroffen hast. Ich bin in der Base, ich bin in der Base. Ich bin in der Base. Ich bin in der Base. Und ich töte die Sonnenblume. Und ich töte alle Zombies. Ach, Schwachsinn, geht da gar nicht. Pflanzen, meinst du? Ja. Ich war in der Base. Ich bin tot, aber ich war in der Base. Wir haben die Basis gehobert. Au. Geh weg damit. Irgendwann schießt mich ab. Yay, getötet. Und schon wieder. Es geht da gerade voll ab hier, was ich hier gerade abschüsse. Boah, Julia, ey. Du carryst ja uns ja richtig. Ja, brutal. Wir werden das voll schaffen jetzt mit uns zusammen hier. Wir werden hier so Bombe sein. Wir werden hier so abgehen. Es geht so ab hier. Ich wollte mich gerade hier bombardieren. Nein, ich bin tot. Und ich weiß nicht, wieso. Ah, gib doch weg, Mensch. Werde ich wiederbelebt oder muss ich selbst? Okay, ich muss selbst. Ich kann meine Maus nicht bewegen. GG. Oh. Äh, aber das ist... Oh, gibt da möglicherweise ein Auto-Spawn. Ist ja kein Ding. Ich warte gern 15 Sekunden. Ach so, das, wo man auf einmal nichts mehr machen kann. Ja, ja. Kein Ding. Das kenne ich irgendwoher. Wollte ich gerade wiederbeleben? Zombie-Stinkwolke. Wollte ihn gerade wiederbeleben. Da war er weg. Ich schieß jetzt auf den Ball. Ich habe den Ball kaputt gemacht. Na, konnte man tatsächlich kaputt machen. Na, warum machst du nochmal alles kaputt? Weil ich kann. Topf Pflanze. Ehe, du verschwindest, du doobes Portal. Ich bin in der Face. Hallo. Hi. Ich bin in der Face. Allöle. Ich glaube, es können ganz bestimmte Klassen die Dings wieder aufbauen, die Portale. Ja, ja. Bestimmte Klassen, ist richtig. Na, komm schon. Wow. Ach, und tot. Aber immerhin, ich habe Leute getötet. Glückwunsch. So viel zum Thema, es wird eine schnelle Runde. Ja, ne? Wird keine schnelle Runde. Schau, wenn wir dabei sind, dann fetzt das hier bei denen. Ja, richtig fett. Geh mal weg, du dickes Ding. Lass mich vorbei. So. Dann schauen wir. Ich kann auch snipen. Ich sehe eine Pflanze und ich werde sie töten. Töte sie. Sie ist schon tot. Sie hat sich selbst getötet, könnte man so kreislich sagen. Mein Magazin ist zu klein. Ist mir jetzt einer getroffen? Ich habe keine Ahnung. Einfach wild drauf losgeballert. Da wird wild drauf losgeballert hier. Ja, das ist ganz genau so. Das hat überhaupt keinen Sinn, aber wir haben es geschafft. Nein, und ich bin tot. Na, ist gut. Dann werde ich wenigstens an den richtigen Punkt gespawnt. Sehr schön. Juhu. Ich mag den. Achso, wir müssen sogar weiter. Ist ja, Basis schon wieder erobert. Ja. Wir haben es halt drauf, ey, Leute. Leute, Leute. Und tot ist er. Was macht er denn? Geht er mal weg, Kio. Oh, erobern. Das dürfte eigentlich ziemlich Münznadeln, diese Runde. Hast du so viele Kills gemacht, ja? Naja, ein bisschen, das war schon dabei. Alle, die drei Spieler. Geschafft. Sind sie jetzt alle tot, die Pflanzen? Yep, sind sie. Noch eine Pflanze dabei? Nope. Okay. Und snipe mich. Eine Kaktee snipe mich. Meine Lieblingsklasse. Ich werde beschossen. Von woher werde ich denn jetzt hier schon wieder beschossen? Könnt mich doch nicht beschießen. Oh, die können tatsächlich beschießen. Doch, doch. Wieso? Wie können die das nur machen? Unfair eigentlich, aber die dürfen jetzt. Au. Oh, der ist tot. Reload. Ich werde den... Das ist jetzt mein Kill. Der hat mich schon so aufgekillt. Den wollte ich killen. Ihr seid doch so fies. Boah, wir sind voll in der Base. Wir sind voll in der Base. Oh, ja. Und wie wir in der Base sind und wie ich schon wieder tot bin. Haha. Sehr schön. Nein, ich wollte doch gerade... Nein. Oh, stimmt. Ich wollte gerade meine riesen Kanone schießen, da tötet mich das Viech. Tja, ist immer toll, ne? Kannst du wieder nicht respawnen? Das ist jetzt verarschen. Aber wir sind nicht weit weg von der Base. Ist das so eine Funktion oder wie? Dass man nicht respawnen kann, wenn man im Vorteil ist? Nein. Ich glaube, das ist irgend so ein kleiner Bug vom Spiel. Und ich schieße da jetzt einfach mal rein hier. Yeah. Und schon wieder gleich erobert. Zwei auf einmal mit der riesen Kanone beschossen. Komm, wir haben die Basis erobert. Sehr schön. Das war jetzt genial. Und zack, wiederbelebt. Den wollte ich gerade wiederbeleben. Das war meiner. So, jetzt... Ah, jetzt schwingt es unbedingt in diesen Gartenzwerg-Modus. In diesen Zwergbomben-Modus. Gut, ist das? Tatsache. Oder nein, irgendwie... Der Golfball muss weitergeschoben werden. Der Golfball muss uns ziehen. Danke, Daki. Oh, mein Gott. Was denn? Dann wiederbelebe ich dich jetzt, für das, dass du mich wiederbelebt hast. Ich bin mit einer Scheiß-Kartoffel-Modus reingelaufen. Dankeschön. Hast du gut gemacht. Hast du mir gleich noch auch mal Schaden gegeben und so. Aber hey, wieso haben wir keine Heiler? Unfälle? Ja, schon, ne? Und mal voll in die Mitte reinschießen. Ich auch gerade. Au, schon wieder eine Kartoffel-Modus. Nein, du wirst mich verarschen. Das kann doch nicht sein. Hey, guck mal, der Golfball da oben. Der rotiert. Ja, dann müssen wir... Okay, man kann Enter drücken, statt die Maus auf jetzt respawn zu drücken. Um sich das schon mal diesen Bug... Muss ich das Ding jetzt... Müssen wir das Ding jetzt schieben? Ich glaube, du musst einfach nur in der Nähe stehen davon. Ich werde beschossen. Ist das geil. Ist das geil. Aber ich werde gerade geheilt. Oh Gott. Die sind ganz schön fies, die Dinger. Aber wir sind ziemlich weit gekommen. So. Jetzt gibt's Zünder. Oh, da hinten kommt einer. Au, schon wieder eine Kartoffel-Modus, glaube ich. Den schicke ich jetzt mal einen Gruß durch die Luft. Vielleicht erreicht es ihn. Nein, ich glaube nicht, dass es ihn erreicht hat. So, schauen wir mal. Oh, wir haben den Checkpoint da recht. Cool. Super. Bleib verlängert. Ja, die brauchen wir, glaube ich, auch. Geht das Ding schneller, wenn mehr Leute dran sind? Schon, ne? Weiß es nicht. Yay. Ich bin da das Ding noch nicht mal angekommen, wirklich. Oh, wieso bin ich denn jetzt... Oh, ey. Das ist voll fies hier. Okay. Von der erhöhten Position müsste ich abschießen. Wow. So, get killed. Sehr schön. Ich weiß, ich muss auch welche von der erhöhten Position abballern. Ja, das habe ich noch nicht geschafft, aber... Ich kill nicht mehr viele. Ich kill den jetzt. Ich will den kill. Den stirbt doch endlich. Ach, zerfix. Ich schrei jetzt. Ist doch mir wurscht, ey. Guck mal, da ist ja mein kleiner Abo. Und da bist du tot, kleiner. Der hat mich vorhin mit der Ktoffelmitte getötet. Genauso wie jetzt. Oh, Mann. Das ist den in der Origin-Liste, oder wie? Ja, ich nehme mir alle an, die mich anfragen. Ich kann irgendwie kaum jemand annehmen. Bei mir war nach ein paar Punkten schon dicht. Weiß nicht. Bisher haben wir noch nicht so viele angefragt, anscheinend. Ich weiß gar nicht, wie viel ich insgesamt drin habe. Weiterschieben, weiterschieben, weiterschieben. Kommt schneller, gleich sind wir am Checkpoint. Yay. Extra Zeit. Sehr schön. Und schon wieder den Elm-Vertäger getötet. Nein. Dieses Ding ist im Weg gewesen. Ich komm dich abhauen. Das ist die Nathrox da, ey. Das war eine Chili-Bohnen-Bombe. Wir konnten nichts tun. Wir mussten das Ding weiterrollen. Auf der Brücke ist natürlich optimal für die, dass sie da irgendwas hinballern. Ja, ja, klar. Das ist eine Engstelle. Müssen sie durch? Engpass. Wie schnell die da in Teilweise wieder rollt. Das ist so geil. So, ich schicke denen jetzt mal einen Gruß da nach vorne. Schauen wir, ob es vielleicht jemanden erwischt. Eine kleine Kartoffelmine. Ja, Leute, wie wäre es denn, wenn er den Topf abballern würde? Danke. Boah, jetzt geht es gerade echt schnell. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Gleich haben wir es. Gleich haben wir es. Ich verteidige hier mal ein bisschen. Nein. Und getötet. Und getötet. Das darf es nicht sein. 15, 14, sie... Oh Gott, das war knapp. Da sind so viele Kartoffelminen. Das wird jetzt... Das wird eine knappe Kiste. Schaffe ich es noch? Ja, ich kann nicht mal respawnen. Good job. Ne, wahrscheinlich nicht mehr. Siehst du nicht aus, oder? Nein. Oh, das ist eine knappe Kiste gewesen. Warte. Oh, das war aber nicht. Verdammt. Aber schaut ihr das an, direkt vor der Linie. Oh, wie mies. Hätte die mit der Chili-Bohne nicht angegriffen, hätten wir es geschafft, wahrscheinlich. Wo sie einfach mal sechs, sieben Leute getötet haben. Aber war schön, hat mir gefallen. Ja, fast den Golfplatz noch mit eingenommen. Gut. Ja. Dann war es das für diese Folge. Genau. Tschüss. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Ciao. Tschüss.